Das soll dir nicht egal sein, sondern du weißt ja gar nicht, wie lange du noch hast. Das kannst du nicht beeinflussen, das kann doch noch zehn Jahre dauern, das weiß man nicht. Das weißt du nicht, das weißt du nicht, das kann auch noch zehn Jahre dauern. Es gab schon andere, du bist für 90 noch sehr fit. Klar, bist du nicht mehr so fit wie mit 80 und nicht mehr so fit wie mit 70, aber du bist noch sehr fit. Was du machen musst, ist, du musst deinem Leben einen Sinn geben. Wenn du den ganzen Tag hier sitzt und denkst dir, ach ja, alles so langweilig, alles so dies, alles so was, du musst das positiv sehen, du musst dir sagen, guck mal, ich habe freie Zeit, ich kann jetzt gute Sachen machen, gute Taten machen. Guck mal, alleine die Gebete zu sprechen sind eine gute Tat. Ich kann dir auch was aufschreiben, bestimmte Worte, die man sagt, kann ich dir aufschreiben, die sagt man einfach so vor sich hin und da macht man gute Taten mit. Da kannst du dein ganzes Konto, ich habe dir eben gesagt, im Grab, Geld nimmst du nicht mit, Häuser nimmst du nicht mit, Familie nimmst du nicht mit, du nimmst nur deine guten Taten mit. Und wenn du aus der Perspektive, guck mal, die meisten Leute, die unglücklich sind, sind unglücklicherweise kein Ziel haben im Leben. Wenn man sich aber Gott ergibt, hat man immer ein Ziel. Ich guck mal, ich bin mal einmal zu einem gegangen, ein Marokkaner, der war Anfang 30 ungefähr oder Ende 20 und war querschnittsgelähmt. Mehr als querschnittsgelähmt. Der konnte nur noch seinen Kopf bewegen und seinen rechten Arm. Alles andere, seine Beine waren taub, alles. Der lag im Krankenhaus, seine Beine taub, seine Arme taub, ja? Hör mal, seid mal bitte ein bisschen leiser, ja? Ach ja. Ja, aber, weil ich kann meine, ist mir zu laut. So, auf jeden Fall, der, obwohl der in diesem Zustand war, ich komme dort rein, ich sage, wie geht's dir? Guck mal, normalerweise der, der müsste sagen, boah, mir geht's so dreckig, guck mal, wie ich hier liege. Hier kommen die Schwestern dreimal am Tag rein und machen mir die Windeln, weil ich mir noch nicht mehr alleine aufs Klo gehen kann. Aber was sagt der? Guck mal, weil der an Gott glaubt. Der festen Läuert, sagt der. Der ist am Lächeln. Gott sei Dank, mir geht es gut. Ich habe hier viel Zeit. Ich kann den ganzen Tag Gott erwähnen. Kriege ich gute Taten für. Und ich habe hier einige Blätter, einige Broschüren, die gebe ich den Besuchern und den Schwestern über den wahren Weg zu Gott. Und damit mache ich gute Taten. Das heißt, dadurch, dass der das Bewusstsein hat, es hängt alles im Kopf zusammen. Du hast Leute, die sind reich, die können alles, die können hinreisen, wo sie wollen. Was machen die? Selbstmord. Boah, mir geht es so schlecht. Und dann hast du Leute, der liegt im Bett mit 30 oder so. Hat das ganze Leben normalerweise noch vor sich. Der will keinen mehr heiraten. Der kann ja sowieso nichts machen. Der kann ja nicht mal alleine aufs Klo gehen. Und liegt alleine irgendwo noch. Mich war seine Familie, glaube ich, in Deutschland gewesen. Irgendwo. Aber der sagt sich, okay, dadurch, dass ich jetzt hier liege, kann ich auch keine Sünden machen. Guck mal, der dreht das mental um. Dadurch, dass ich hier liege, kann ich den ganzen Tag beten und machen. Und irgendwann müssen wir sowieso sterben. Das Leben ist sowieso nur ein kurzer Moment. Und deswegen hat er das Bewusstsein, dass ich ins Zimmer reinkomme. Und er liegt nicht so da, mir geht es nicht so schlecht. Guck mal, der hat allen Grund zu sagen, mir geht es nicht so schlecht. Der sagt, Gott sei Dank, mir geht es gut. Ich habe zu essen, ich habe zu trinken. Der guckt nur auf die Po... Und hier, ich kann den ganzen Tag, kann ich Dikr machen. Dikr, so nennt sich das auf Arabisch. Das heißt, Gott erwähnen. Aller Lob gehört dir, Gott. Du bist frei von allen Sinnen. Du bist der Größte. Und so weiter und so fort. Da kriegt er gute Taten für geschrieben. Und so, das ist das Bewusstsein. Bei dir jetzt beispielsweise, du hast gar nichts zu motzen. Dir geht es tausendmal besser als dem. Nur, du musst diese Zeit, diese Zeit richtig nutzen.